so hallo und herzlich willkommen heute früh am sonntag morgen ich habe jetzt das giveaway ausgelöst herzlichen glückwunsch an den gewinner wer hat gewonnen noch mal ich kann kurz den namen sagen hier stand online hat kommentiert dem das zweite giveaway was ich rausgehauen habe ich habe noch einen key keine ahnung was ich mit dem machen soll ja wir sind auf jeden fall jetzt auch live wenn ihr gerade das video anschaut wenn es online kommt sind wir live und zocken green hell zu dritt ist ganz cool bisschen überleben im dschungel und so falls ihr bock habt schaltet ein ansonsten ja schreibt in die kommentare was ich mit dem letzten key machen soll und gibt natürlich gerne daumen hoch und dann war es das schon für heute schaut natürlich auch gerne meine anderen videos an und bis zum nächsten mal